WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. jetzt holen wir mal das Fahrwerk weg ja, funktioniert wir haben die Kappen halb gesetzt und das Fahrwerk heraußen jetzt schauen wir mal wie weit wir da runter kommen ok, zu schnell mit Gas geben gut, das ist eine lange Landebahn also nutz aus jetzt boah hast du das jetzt gemacht? oh shit scheiße keiner Sprit mehr scheiße ok ja ja stört, da ist ziemlich alles auf der Pfanne ach, Schose ja, da kannst du nichts mehr machen nein, scheiße du 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 du